Es geht um unsere Zukunft. Extra Radio stellt die Kandidaten für Hochfranken vor. Geh wählen. Extra Radio anhören, ansehen und wählen. Mein Name ist Klaus Horn. Ich bin 47 Jahre alt. Von Beruf bin ich Inhaber einer Multimedia-Agentur, einer Internetagentur hier in der Region Hof. Bin nicht verheiratet, aber vergeben und verliebt. Ja, meine Politik. Ich stehe für neue Chancen für die Region Hochfranken. Ich glaube, dass wir in Hochfranken ein unwahrscheinliches Entwicklungspotenzial haben, das noch vor uns liegt. Also das Beste, das noch vor uns liegt. Und da werden wir in Zukunft schauen müssen, dass wir hier das Beste draus machen. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns darum bemühen, um der digitalen Transformation gerecht zu werden. uns um ein Akkuwerk für Elektroautos in Hof bemühen. Ich glaube, ich stehe für eine neue Politik, für eine vorwärtsgewandte Politik. Ich bin Bäreinsteiger in der Politik. Ich stehe für die Chancen, die sich ergeben. Und nicht für das Weiter-So. Es muss nach vorn gehen. Wir müssen uns in Deutschland darüber klar werden und auch hier in der Region klar werden, wovon wir in Zukunft leben wollen. Dazu brauchen wir eine anständige Wirtschaftspolitik. Wir brauchen bürgerliche Freiheitsrechte und wir müssen den Transformationsprozess von der Industrie zur Informationsgesellschaft gestalten. Ich werde den Herrn Horn von der FDP wählen, weil für mich er einfach meine Altersgruppe anspricht vor allem. Die Digitalisierung ist vor allem für die Jugendlichen oder junge Generationen ein sehr wichtiges Thema. Und das spricht die FDP im Allgemeinen, aber auch der Herr Horn durch seine berufliche Erfahrungen in dem Bereich sehr stark an. Glasfaserausbau, Digitalministerium etc. Ich bin der Meinung, dass Herr Horn vor allem durch seine beruflichen Erfahrungen dieses Thema der Digitalisierung sehr gut herüberbringen kann. Und ebenfalls für die jungen Leute ist es wichtig, ein einheitliches Schulsystem zu haben, was ebenfalls ein wichtiger Punkt der FDP ist, um eben eine Chancengleichheit unter den Bundesländern und einer wettbewerbsfähigen Bildung zu bieten. Geh wählen! Extra Radio anhören, ansehen und wählen!